Der erste der Fischers Fritze Fisch, frische Fische auf sagt in Sekunden so mit Stoppu und so ne. Ey, biniert mich nicht. So auf jeden Fall, will das als erstes geschafft haben? Du musst keinen kriegen, sondern ich will nicht. Ja nix, was? Warte, drei, zwei, drei, zwei. Fritze Pritze beim Auge. Doch mal. the fuck that's too seize am Auge. DöwwAndi sollte die richtig finden, also den ginst. Fritze, Fritze, frische Fische. Flirst du dran, hätte er gerade? Ja niggaz du zu sein. Ich höre schon mal einen ein, ich trinke ja sowieso. Du darfst aberיich anfangen. Passt 3,5,5 Fritze, 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 Frischefrische, Frische Fisch. Fritze, Spritz Verls. Du, digger. Warum? Г美 Fisch als Fritz FCC Fisch als Fritz Fisch als Fritz Fisch als Fritz Frische Frische Fisch als Fritz Fisch metaphbrevia Schnell gesagt Na jetzt kommt gar nicht klar Du glaubst gerade nicht player was Ich habe ja wiederhol homepage Dann hab ich beide Ich mache Care Ich habe die Ane Tiction Hey warte Was hast du? Ja, richtig! Ja, toll! Warte, ich mach mal, du hast geschossen. Nein! Ich hab nie so viel! Doppel-Eintromozivil ist das? Doppel-Eintromozivil ist das? Doppel-Eintromozivil ist das? Doppel-Eintromozivil ist das? Ey, die sind schon so am Arsch, ne? So, so! Ich hab' einen geknallt schnell! Ich hab' meinen Graschen geschüttet! Ich wär' meinen Leuten der beste Pollen! Mal an zu! Wir haben ja stark Alkohol! Ich würd' dich nicht abonnieren! Abonniert! Folgt mir auf Instagram und auf Facebook! FRAQ! Was heißt der FRAQ? Ich würd' dich nicht abonnieren! Ich hol' gleich meine ganzen Fans mal, ne? Das ist Rob, jetzt nur FRAQ! Kannst du weitergehen? Maria! Du, das ist mit diesem Scheiß-Kotz-Becher! Ich hab' meinen Booster! Ich hab' meinen Kotz-Kotz-Booster! Ja! Ich hab' einen Kleitsch... Äh... Über und mein Holz! Che theaters!」 Der hat es so ein Brett vorn vornart? Oder warum hab ich das mit dir? Hat er doch hier. Ich labbel die Scheiße und die lachen schon. Das ist kein gutes Zeichen. Es war! Es war! Es war! Es war! Hau mal rein! Hau mal rein! Nein! Du Scheiße! Das ist Karma! Das ist richtig Karma! Komm mal Fickfinger! Oh! Kamer fängt dich heute schon! Und das zweite Mal! Man sieht mich ziemlich ab! Oh Gott! Weiter geht's! Weiter geht's! Weiter geht's! Der größte... also welcher größte YouTuber hat 3 Millionen Omen? Er lebt in Deutschland! Gronkh! Was weiß ich? Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, und jetzt, Digger? Ja, ich hab nur einen Trink! Ja, ich hab nur einen Trink! Ah, nee, ich hab nur zwei Trink! Jetzt los! Gib mir doch gleich die Flasche, Digger! Komm, Digger! Ein! Welche deutsche Beauty-Lift-Fürger am meisten Abo nehmen? Beauty-Bewerr! Dabbi! Nein, Digger! Bibis Beauty Palace, Junge! Richtig! BAM! Ich hab mich aber nicht mehr aufspackt überlassen! Oh Mann! Scheiße! Also, Bibi, falls du siehst... ...weich nicht... Deine Abonnenten sind höchstens elf und dann schon kann man hier! BILU! 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 BRU! Ich trinke jetzt, Mann! Was hast du denn jetzt? Nee, ich trinke nicht alles! Komm! Was ist denn jetzt hier? Alles angeleckt, Digger! Ich trinke jetzt hier! Ich trinke jetzt hier! Ich trinke jetzt hier! Es ist die Maman! Oh... Uah, aber Hacker Welche YouTuberin wird dieses Jahr oder nächstes Jahr? DSDS oder nächstes Jahr, ne? Welche YouTuberin wird nächstes Jahr DSDS Juro? Dagi Bee? Nein. Äh, heute Psyrikes? Nein. 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 Ich kenn nicht so Psyrikes. Wann die Digga? Die Madaku? Das dann. Ähm. Die hab ich schon hergeguckt. Wie hieß die eine? Ich hab den Namen gerade selber vergessen. Habe ich ihn da draußen wissen. Hey, 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 hey. Bisschen glottartig, ne? Hey, hey. Das brauch ich. Spannung. Deutsch. Hallo. Wie hieß die denn? Nicht, äh... Neue Schiffe ist? Die war mir mit L-Kräften. Das sind nicht lange genug ausgedacht. Mit Jan? Ja, glück schon. Melina Digga? Nein, nein. Nicht mit ihr. Wie heißen die? Sag ihm einen Tipp. Ah, nein, nein, nicht April. Bullshit meine ich. Bullshit-TV. Schirin. Genau, Schirin. Der ist mit der Digga. Hast du die Frage, dass du mit dir? Achso. Jetzt. Trink! Wir gehen was rein. Sonne! Was muss ich probieren? Sonne. Was ist das denn? Bruah! Stüppel! Polakki-Fotze! Was? Polakki? Was ist das denn? Hoi! Achso! Ähm... Iiiiihihi! Das ist meine Flasche. Jetzt weiß ich sie. Das schluckst du runter. Nein! Was machen wir jetzt? Wer ist die dümmste Person in ganz Deutschland? Hä? Hä? Woher soll man das wissen? Das kann man nicht wissen. Doch, Digga! Ey Digga, ich schwöre... Ich schwöre... Es ist eigentlich so... ...sarkastisch. Aber... Es ist ganz Deutschland. Digga, die dümmste Person in 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 ganz Deutschland. Hey Digga! Boah! Fass, Digga! Scheiße, Mann! Wie heißt er denn? Sind... Der von der SPD... Nein, Mann! Er hat aber auch damit was zu tun. Das ist ein Rapper, Junge! Nein, mit der... Manniboy! 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 Nein... Mit der ist es. Nein! Das hat was mit Politik zu tun. Wie heißt er denn? Er ist der dümmste Person in ganz Deutschland. Wie heißt denn der? Ist doch gerade dümmste. Du kannst! Ja, dümmste. Ja. Er ist sie. Ja, wir singen weiter. Beckel! Ich stelle mir einfach mal an! Oh, Maria, was trinken! Er hat gesagt Meckel. Meckel! Du hast es nicht gesehen! Baah! Meckel! Du hast es nicht gesehen! Baah! Meckel! Du hast es nicht gesehen! Baah! Baah! Meckel! Das dürfte eigentlich reichen! Oh, scheiße! Mach weiter! Da, da, trefft est efforts nosaltres. Oh telah! Entsenale! 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 Tternal! Neehi! Kanna Usche... Nice! Alter! Ich sitESS. Humphes. Neinunddevant olds. Conallen Raise Your Thank you. Wida geht es so schönen. Oh, neundevantiji. Nenundevant头. Ich bin Dölf Jahre alt, ich komme auf Dölf zusammen, ich bin Dölf Jahre alt, ich komme auf Dölf zusammen. Was ist der Tugi dann? Der Schüler, der GANZER! Wenn ihr euch high five mal hier drauf anguckt, ne alter? Das ist ein geiles Video, Alter! So haben wir die normalen, Alter! Weil die auch einen weg haben, guck mal wie rot er ist, Basti! Und wie rot er ist? Oh, die ist auch noch rot, Alter! Und wie rot er ist? Oh Gott! Touchscreen! Seid ihr fertig? Also, wir sind vielleicht mehr Weltmuster. Ja, okay. Also, was ist jetzt irgendwas? Hm? Hm? Seid ihr Endcode? Ne. Jetzt müssen wir den Endcode machen. Jetzt haben wir es los! Jetzt? Jetzt musst du Endcode wählen. Kann ich eine rauchen jetzt? Auf jeden Fall! Also Leute, wir bedanken uns fürs Zugucken. Ist so. Wir sind erst mal durch. Ja, hier Leute, komm her. Warte, 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 warte. Jetzt macht, jetzt macht Endcode geil. Und wir gehen jetzt erst mal ein. Eine rauchen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Warte, warte, komm, wir sind immer durch. Wegen Schäbel. Mein ehemaliger Weltmuster. Das tut mir keine Sau an die Schnauze an. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielleicht kennt ihr uns so auch vom früheren Kanal. Klingelstreiche. Und auf Instagram und auf YouTube. E-O-TV. BAM! 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 Und tschüss Leute! Erster Link hoch meine Bescheiden. Tschüss! BAM! BAM! BAM!